ich auf den rückweg kommen dass ich genug tierchen gefangen habe ich zeige welches im größten hast du gewesen svasor oder so oder razor ich muss da oben hin denitief ganz schnell strom muss ich ansammeln das mache ich am nächsten tag dass man so weiße so zwei stacks auf jeden fall von jedem da hat doch mal einen tag nur um das essen zu kümmern steine sind nicht wichtig die einigen sind wichtig und verbrennen ist das nämlich denn 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 der stein mit dem gold drin gold stein ja das ist schon mal ein guter gute sache konnte ich jetzt jeder muss das einmal herstellen ok was denn dass das zeug habe ich schon gemerkt ist ja nicht schlimm ist ja nicht schlimm vergammeltes fleisch übrigens stehen da drei chefs jetzt insgesamt und das ist schon mal gut vorher habe ich mir noch hingesetzt jetzt habe ich noch ein bisschen mehr holz ich gehe mir am steine kloppen was macht das ja ich habe eine komplette mine gefunden ok ich glaube erstmal ist weg hm ja guck mal wie lange die nacht diesmal geht oh saukurz ja könnte ich mich sogar einkortieren hier für die nacht hm hm ich habe keine spitzböcke mehr da lebe ich echt länger ja ich glaube was hatten wir bei dem einen 40 tage äh ich glaube ja ich glaube das war das längste ja ich muss was essen sehe ich glaube ernten 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 gar nix hast du kein kein essen mehr das gekochte fleisch hat ja gar nix gemacht das dreifleisch nein das hält nur super lange an ja sonst muss man gucken oben in der wüste wo die ganzen farben sind das kann ich ob man sich so ein käfig bauen konnte für tiere jetzt wird das war nur dämmerung ja geht schon etwas länger mein essen hält nicht mehr lange an aber die eine falle ist ja ich packe da immer äh karotten drunter weißt du ok dann gehen die schneller drunter ist ja nicht schlimm eigentlich kann man das eher gebrauchen das essen erst macht ja die karotten aber nicht da kann man karotten nicht gebrauchen ja du kannst aber lieber eine karotte verbrauchen das ist mir besser also ist mir lieber ja gut ich habe noch sieben karotten im winter gleich zehn gold nuggets ich würde es mir noch mitbringen ach ja dass ich da und sterf ey sind über die wir werden das wieder alleine gespielt ja wenn das gedauert hätte und sowas so kann jeder einmal wissen eine runde fahren das getrennte arbeit machen so sicher doppelt dumm und dämlich so kann eine holz eine stein der nordessen stroh ja also zehn stücken müssen es mindestens sein oder ja ich habe es halt übertrieben im weiß ja dann nicht mal dem fleisch anlegen ja genau dann geht man mit ein hallo mann mit ein durch den last clown und nein das war geworden haut doch ab man mit ein ich wollte doch gar nicht jetzt auch mit deinem auge auf dem boden sagen das tut doch voll weh du tue idiot ja ich weiß gar nicht wie lange dauert denn das seit ich bis das fertig ist noch einen halb tag glaube ich sonst würdest du eigentlich gleich fertig sein so langsam ne ja ich werde so einen kochtopf herstellen da kannst du halt früchte und so alles rein na ich brauche eine fackel ich stehe schon wieder hier oben vor uns gucken ob ich mit der fackel über die nacht auskomme weil ein feuer kann ich mir auch stellen ich habe mich kein holz 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 ich weiß dafür 63 steine 14 gold 430 flint ich werde noch ein bisschen rausholen ja das ist ja das gute super komm wer tag stehe gerade nur rum ich will arbeiten 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 und leck dankeschön ich würde sagen vier kisten reichen jetzt immer ne ah ich würde jetzt noch mal reinhauen vier kisten waren wir da stehen also eine werde ich gleich vollbunkern mit allem zeug auch so ein ding kann man das jetzt mal gucken ob du davon was hast dass wir da rein touch stein hä man braucht touch stein ok also ich habe hier oben noch so ein schweine ding gefunden ok ja wie gesagt ich werde gleich eine kiste auf jeden fall vollbunkern ja du gehst halt eine ist vollbunkern da musst du gucken ob du davon was du hast auch rein tun kannst und das alles weg geht hier ich weiß noch gar nicht wie was man das nito benutzen konnte nein so man mit auge hau doch ab ich will ein abbauen hier ich will nicht an ein ei sogar nicht ne du doch nicht ne ich will das wirklich nicht